Leute Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Truckwash Simulator und wir spielen den heute zum ersten Mal obwohl ich ja Let's Plays von Cypkin ja auch mache ich mag ja Autos auch sehr gern ich muss mal dringend die Musik ausmachen, dann könnt ihr mich natürlich besser verstehen ich wähle mal das hier aus, die Stufe 1 das wollen wir natürlich nicht dann will ich mir einfach mal so eintragen dann nehme ich mal den Bus und wasche den Bus dann muss ich den erst mal tanken, den Bus den Bus muss ich erst mal tanken so, dann sprühen wir erst mal den Bus ein also zuerst mit einem Hochdruckreiniger abspritzen das machen wir jetzt und dann noch schön einschäumen den Bus und jetzt spritzen wir wieder ab wenn man nicht mit diesem Ding hier müssen wir erst mal die Räder polieren ach nein, es ist ja noch nicht fertig Leute der Bus, der ist ja noch nicht fertig jetzt aber jetzt geht's auch, hallo? und so ist der Bus dann immer noch dreckig ach, dann drücken wir einfach mal auf Next ich saug jetzt mal das Auto hier aus und dann würde ich jetzt hier noch die Scheiben, die Windschutzscheibe ab das ist schwer das Wort, finde ich für mich ist das Wort ganz schön, ganz schön schwer Next wir müssen jetzt noch neue Reifen einsetzen den Reifen versuchen wir mal dann noch den hier und dann brauchen wir natürlich noch Öl fertig jetzt sind wir natürlich in dieser Waschanlage ihr seht hier die Waschbürste jetzt wird das Auto schön abgewaschen jetzt wird es nochmal mit klarem Wasser jetzt wird der Bus nochmal so wurde der Bus nochmal mit klarem Wasser wieder abgespritzt den Bus kann man natürlich auch noch umlackieren kann man natürlich auch das, nein, das ist nicht ich lackiere ihn erst mal um dann geht ihr hier auf den Pinsel äh, ich nehme einfach mal weiß ich mach's ich mach's ich mach den Bus jetzt weiß dann kann man den auch besser gestalten wie man möchte kann man das machen das kann man machen wie man möchte mit dem Bus so, dann gehen wir hier mal noch auf das Feuer äh, ich such mir das hier aus das hier sieht doch schick aus dann suchen wir uns noch ein paar Reifen aus äh, welche Reifen welche Reifen gefallen wird welche gefallen mir ich muss erst mal gucken mir gefallen die ein Stempel kann man hier natürlich auch noch raufpacken dann nehme ich hier mal die Luftballons stempel ich hier mal mit die hänge ich hier vorne mal mit ran und dann auf next und jetzt fährt der Bus und das war's ich verabschiede mich und ich sag tschüss bis zum nächsten Mal ciao